Ja, hallöchen meine lieben Balkongartenfreunde, ich bin's wieder hier, euer Balkongärtner Christian und in diesem Video möchte ich euch mal meine Top 5 der beliebtesten Balkongemüse vorstellen, also meiner Meinung nach, welches Balkongemüse sich am besten eignet. Ja, wer keinen Garten hat, der hat vielleicht einen Balkon oder Terrasse und möchte auf keinen Fall auf frisches selbstangebautes Gemüse verzichten. Ja, und genau deshalb solltet ihr euch auch dieses Video anschauen. So, mein Ranking beginnt auf Platz 5 und was haben wir denn da für ein Balkongemüse? Ja, auf Platz 5 hat es die Paprika bzw. die Chili geschafft. Ja, Paprikas sollten auf keinem Balkongarten fehlen. Ja, sie sind relativ einfach in der Pflege und dazu optisch ein echter Hingucker, wenn man so alle drei Farben gemischt anbaut, also grün, gelb und rote Paprika. Ja, ein paar Chilis gehören aber auch dazu, die sind wirklich extrem pflegeleicht und fast nicht kaputtkriegbar. Ja, ich hatte sie sogar einmal den ganzen Winter über an der Pflanze gelassen, also die Chilischoten und sie waren immer noch im Frühjahr frisch genug, um sie ernten zu können. Paprikas brauchen auf jeden Fall einen warmen und sonnigen Platz. Am besten ihr habt dafür einen Südbalkon oder ihr stellt sie ganz nah ans Balkongeländer, damit die Paprikapflanzen so viel wie möglich Licht abbekommen. Ja, etwas Dünger und ausreichend Wasser im Sommer, dann geht es den Paprikapflanzen sicherlich gut. Sollten die Paprikapflanzen aber den falschen Standort bei euch bekommen, dann kann es wirklich sein, dass sie Schädlingsbefall kriegen. Ja, und daher habe ich auch nur den Platz 5 für sie ausgesucht, denn die meisten Balkone bieten eben nicht den perfekten Standort für Paprikas. Ja, kommen wir dann auch schon zu Platz Nummer 4, die Hülsenfrüchte, sprich Bohnen oder Erbsen. Ja, eigentlich hätte ich die auch weiter höher platzieren können, da sie einige Vorteile mit sich bringen, wenn es um den Anbau auf dem Balkon geht. Ja, aber nicht jeder mag Erbsen und Bohnen und daher nur auf Platz 4. Bohnen oder Erbsen sind insofern super als Balkongemüse, da sie schön in die Höhe wachsen und man kann sie mit einer Ranghilfe dahin leiten lassen, wo man gerne möchte. Also optimal auch für kleinere Balkone. Ein super Gemüse also für kleine Balkone. An Hülsenfrüchten finde ich außerdem gut, dass man sie auch als Sichtschutz auf dem Balkon verwenden kann. Ja, und das hatte ich, wie ihr wisst, auch schon einmal gemacht. Die Blicke vom Nachbarn konnte ich damit perfekt verhindern. Und wer hat es denn auf Platz 3 geschafft? Ja, auf Platz 3, da haben wir die leckeren Speisegurken. Ja, und Gurken als Balkongemüse eignen sich auch wiederum hervorragend. Ja, denn mit einer Ranghilfe kann man diese schön hoch wachsen lassen und gar wie Trauben von oben abernten. Also wieder was für kleinere Balkone. Nach oben wachsen lassen hat ja auch den Vorteil, dass viel Licht und Sonne an die Pflanze kommt, was am Boden vom Balkon nicht so oft der Fall wäre. Letztes Jahr konnte ich von 3 Gurkenpflanzen ca. 10 kg Gurken ernten. Ja, ich muss aber auch sagen, die sind wie wild gewachsen, sicherlich weil meine Pflege und der Dünger gut passend waren. Ja, dazu schaut ihr einfach mal meine Gurkenvideos auf meinem Kanal an. Auf Platz 2, ja, da sind die Radieschen in allen Formen und Varianten gelandet. Warum habe ich die Radieschen auf Platz 2 gewählt? Ja, es ist und bleibt einfach das Anfängergemüse für jeden Balkongärtner. Hier braucht man keine großen Pflanzkübel oder anderes, sondern es reicht der normale Balkonhängekasten aus. Im Februar gesät, im April schon geerntet und man hat frische, knackige, gesunde Radieschen im Salat. Aber Radieschen kann man auch in der Pfanne als Beilagengemüse dünsten. Schmeckt auch sehr gut. Der Anbau ist auch wirklich keine Hexerei. Wichtig ist halt, dass ihr die Radieschen an einem Platz aussät, da wo auch viel Licht hinkommt. Also am besten ganz vorne ans Balkongeländer. Ja, und wenn ihr richtig dicke Dinge haben wollt, dann bitte achtet darauf, dass ihr abnehmenden Mond habt bei der Aussaat. Dann wird es eine üppige Ernte geben. So, kommen wir nun zu Platz Nummer 1. Und was könnte das wohl sein? Ja, das sind die Balkontomaten. Ja, es ist wirklich das perfekte Balkongemüse, wobei man sagen muss, eigentlich sind es ja Beerenfrüchte, aber das ist mir jetzt total egal. Tomaten sind wirklich optimal für den Balkonanbau, gerade weil der Balkon so einigen Schutz für die doch empfindliche Tomatenpflanze bietet. Tomaten sind bei Beachtung ein paar Regeln sehr einfach auf dem Balkon anzubauen. Der Umstand, dass sie vor Regen und Wind an der Hauswand geschützt wachsen können, verschafft ihnen einen Vorteil zum Freiland. Der optimale Platz auf dem Balkon ist somit die Wand, wo die meiste Sonne hinkommt. Denn auch die Speicherwärme, die meist noch spät in die Nacht auf die Pflanze strahlt, ist optimal für das Wachstum. Am besten hat man auch noch ein windgeschütztes Eck. Aber bitte nehmt nicht das Schattige. Aber ein bisschen Luft darf dann doch an die Tomatenpflanze rankommen. So bleiben die Blätter eben trocken und das ist ganz wichtig, damit die Tomatenpflanze keinen Pilzbefall bekommt. Und da die Tomate auch in die Höhe wächst, gibt es natürlich ordentlich Ertrag. Ja und wenn ihr alles richtig macht, dann wird es so zwischen 3 und 5 Kilo pro Pflanze zu ernten geben. Aber macht euch nichts draus. Ich habe auch schon Pflanzen gehabt, da waren nur 2 Kilo dran. Und aus diesem Grunde, da Tomaten auch wirklich fast jedem schmecken, ist sie auf Platz 1 gelandet. Ja meine lieben Gartenfreunde, das waren meine Top 5 Balkon Gemüsesorten, die ich jedem empfehlen kann anzubauen. Es gäbe sicherlich noch weitere Gemüsesorten, aber zu denen komme ich dann in weiteren Videos. Ja und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben und das Abo nicht vergessen. Denn das Abo ist ganz wichtig für mich, denn YouTube hat mal wieder seine Regeln geändert und ja, gute Kanäle beginnen eben erst ab 1000 Abonnenten. Ich bin da noch etwas entfernt, aber ich denke mal mit eurer Hilfe schaffe ich das locker bald. Ja meine Lieben, ich wünsche euch jetzt noch frohes Gärtnern und wünsche euch viel Spaß und alles Gute, euer Balkongärtner Christian. Ciao!